Ich stelle dich jetzt mal vor, das kann man sich nicht vorstellen. Auch wir konnten uns nicht vorstellen, aus dieser Situation zu euch zu sprechen. Doch wir befinden uns derzeit alle in einer Ausnahmesituation, die besondere Maßnahmen erfordert. Ein Volksfest ist ein Ort der Begegnung. Viele bunte Lichter, fröhliche Gesichter, unbeschwerte Stimmung. Und der Geruch von allem, was das Herz begehrt. Doch aktuell ist es still. Nun müssen wir zusammenhalten. Als Familie, Gemeinschaft und Bevölkerung. Was uns bleibt, ist die Vorfreude. Die Freude, unsere liebenswerte Stammkundschaft. Und Volksfestfreunde, in gewohnt fröhlicher Umgebung, gesund und munter wiederzusehen. Gemeinsam stehen wir hier und sind bereit, euch und uns bald wieder ein Lächeln zu bereiten. Wir lassen uns nicht unterkriegen und stehen in dieser Zeit eng zusammen. Aber natürlich nicht zu eng. Bis bald. Wir kommen wieder. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020